Du dann von ihm abgehauen und hast irgendwelche Sachen erzählt, wenn du so korrekt bist. Weil ich eifersüchtig auf ihn bin. Und du? Bist du auch eifersüchtig? Ja, 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 wir sind alle eifersüchtig. Wir sind alle eifersüchtig, alle sind eifersüchtig. Komm, Leute, jeder, der Gas gibt, ist eifersüchtig. Warte mal, vielleicht kommt noch, habt ihr noch eine Frage? Ja, der hat zwei Klatscher bekommen, ich weiß, egal, der sagt nur mal einen. Ich bin jetzt am Bett und danke. Hast du einen Vertrag gegen was? Vertrag, bist du gebunden irgendwo? Fragt jemand. Was meinst du genau? Warte, ich hab die Frage, das sind so viele Fragen, Mann. Bist du vertraglich gebunden? Beton, DJ, sehr dank. Ja, ich bin bei Papari unter Vertrag, das stimmt. Und es wird so bleiben. Beton, danke, bitte, danke. Du juckst doch, meine Eier jucken euch nicht, Mann. Ich frage doch, ich lese die Fragen hier vor. Ja, beton, danke. Okay, 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 ich danke dir, Sasa. Ich krieg dein Herz. Okay, frag mal wegen Planet. Was ist denn Planet? Was? Frag mal wegen Planet. Keine Ahnung, was heißt das? Keine Ahnung, Baba. Guck mal, stell Fragen, die du im Kopf hast, die dich interessieren, nicht, was die Leute schreiben. Okay, weil du hast gesagt, ich soll die Fragen. Die Fragen, okay. Die Informationen, die du uns gegeben hast privat, waren die auch falsch? Welche? Wo du gesagt hast, wer was bei uns erzählt hat, was du machen musstest, wer gegen wen? Verstehe ich dich genau. Doch, du verstehst, was ich meine. Wala, ich verstehe nicht. Wala, du verstehst mich. Nein, sag nochmal, bitte. Die Informationen, die du uns gesagt hast, im Privaten, mir und anderen Leuten, mit denen du zu tun hattest. Warte. King ruf mich an. Salam alaikum. Salam alaikum, Salo, Abi, mein King. Okay, Abi. Warte, ich brauche sie kurz. Ich brauche sie kurz. Ich brauche sie kurz. Salami auf die Eins. Salami auf die Eins. Ich liebe ihn über alles. Nicht so Fragen, bitte. Respekt. So. Zeig Respekt, wenn du mit mir redest. Nimm deine Hand runter, du Ipna. Was? Nimm deine Hand runter, wenn du mit mir redest. Warte ab, ich werde Atransplantation für dich machen. Wallach, warte ab. Atransplantation. Eine was? Atransplantation. Dass du Haare bekannst. 4.000 euro werde ich für dich zahlen du weißt ein kugel kostet 20 cent haartransplantation kostet mehr als dein leben wusstest du das du meinst ja gerade eine kugel rede nicht so als ob du gangster wirst ich bin kein gangster ich bin mit gangster aufgewachsen ja war es okay war das was sie es ärgert ihn nicht der will nur sein brot verdient leute unterhalten ich verteidige dich nur du depp aber stellt fragen die du stellen wolltest weil du stellst keine fragen was war die frage noch mal du meintest irgendwas mit informationen ja die informationen die du uns geliefert hast während deines streites wo du streit hattest hast du uns doch alles erzählt wer mit wem was gesagt hat was du machen musste es um gegen uns zu schießen und so sachen hast du auch einmal im live alles erzählt war das auch richtig der wahrheit meine eier wollten ansagern nicht machen was ich jetzt machen was wir jetzt machen kannst du was daran ändern ich wollte ansagern nicht machen ja nicht nur an mich an allgemein und es geht zurück wenn du redest du hessischer junge okay also 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 war das auch alles genug ja sehr gut das war gelungen ich wollte selber okay wir wissen alle dass sie nicht wie kennen die wahrheit los alles ist gut inshallah soll er soll der junge weiter so machen schauen wir mal wie lange so was gibt es sonst noch viele veränderungen in naher zukunft was hast du vor musikalisch irgendwas schauspielerisch also ich bin dir ehrlich mit musik werde ich auf jeden fall glaube ich offen warum aus religiösischen gründen du bist doch nicht religiös du bist auch nicht moslem hast du gesagt er haben die leichte moslem ok alles klar weiter aus religiösen gehörst du auf mit der musik aus religiösen okay was dann was steht noch an in naher zukunft also ganz ehrlich ich glaube noch gerade habe ich 9800 menschen ich werde noch ein bisschen zu ihm bis die zuschauer runtergehen wenn die zuschauer runtergehen und ich uninteressant werde für die leute werde ich auch mit tiktok aufhören verstehst du was ich meine ich werde genießen du machst doch jetzt machen was anderes twitch hier ich werde mit twitch auch ein bisschen anfangen aber danach werde ich aufhören mit was mit twitch mit alles werde ich offen mit kompletten sachen ich werde was du denn dann du hast ja sonst kein talent was machst du dann sehr gute frage du kannst dich du kannst dich richtig deutsch sprechen du kannst dich nicht richtig artikulieren du siehst noch nicht mal gut aus du bist nicht gut gebaut du kannst nicht singen der hellste bist du auf gar keinen fall wo kann man dich einsetzen egal wo ich hoffe aber nicht so dass man sagen muss ich gehöre nicht zu euch aber meine brüder sind zu euch wie kann man jemand wie dich wo kann man sich die becher sauber machen okay wie du kann man kann man kann man einfach kann man kann man gut war ja noch sonst hast du noch kontakt zu der alten gängel oder hast du komplett gebrochen mit deinem genau solche gänge noch zu welchen alten kunden mit dem du rumgefahren bist und video gedreht hat mit samra was ist mit samra hast du noch kontakt mit dem mit wem mit samra mich ein auto gefahren oder so was meinst du genau hast du mit samra noch kontakt gut oder ist das jetzt auch wieder vorbei also mit samra bin ich gut und samra ist wirklich ein talentierter rapper sage ich wie es ist ich hatte früher paar konsequenzen mit dem aber kein schlechtes wort über ihn sagen gehabt was was hast du mit samra gehabt ich habe mit dem nichts gehabt was sagt du hast paar konsequenzen okay weiter tut mir leid abhi auf dich ja was ist mit momonews mit momonews zum beispiel frage mit momonews bin ich auch gut und mit kapi ist der beste rapper deutschlands es wird keinen besseren mal geben und bushido ist nicht mehr die decking vergleiche ich gut mit viele junge kapi auf die eins ok 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 was hatte das zu bedeuten mit dem song von nebel hat das eine bedeutung gehabt da hat was gepostet dass er musik markt in die musikrichtung jetzt oder was also ich bin ehrlich es unter vertrag ja er will rapper werden deswegen wieder mit tik tok aufhören und so er will seriös rüber kommen jetzt hier ist alles klar gut ich habe keine frage mehr an dich dann wünsche ich dir doch viel erfolg das sein ist der größte mascara was tik tok gesehen hat was 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 frankfurt gesehen hat und was ganze welt hier gesehen hat ja wallah hier das ist ein bruder von mir ich gehöre ich habe ihn immer extra gefragt gehörst du gehörst du zu denen er hat immer diese frage offen gelassen damit ich denke damit leute denken er gehört zu hels angels sind ihre männer er hat immer diese frage offen gelassen bis er gepackt wurde grüße gehen raus king von deutschland ja das ist ein bruder von mir das ist ein bruder von mir ich gehöre auf jeden fall nicht zu als angels aber brüder von mir gehören dazu krieg kein luft dabei krieg kein luft dabei krieg kein luft dabei aber ja 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 junge welcher bruder von dir gehört zu denen alter welcher bruder von dir gehört zu denen das sind ehrenmenschen und der größte ehrenmann ist selo abi zeige ich euch wie es ist der größte king versteht ihr was ich meine und leute haben versucht zwischen mir und papa ari auch fitner zu machen und dass sie uns streiten und dass sie uns dies dass sie uns das leute wie sam haben sich gefreut aber eine sache sage ich euch heute papa ari auf die 1 leute die rapper die mit den streiten und so leute die sind neidisch auf ihn oder diese neidisch auf ihn leute kommt ein buschino zeigt ihn an ich habe dies ich habe das guck mal ist mir so passiert jemand hat mir dies jemand hat mir das alter er dir nichts angetan und sei froh für das was er dir gegeben hat ja sonst wärst du jetzt immer noch keine ahnung was du wärst du wärst nichts und bushido hat auch kapitel 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 auf die 1 kapitel kannst du nicht runter machen kapitel kannst du nicht erniedrigen bei kapitel 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 Alter, wie, 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 wie? Und was soll ich noch sagen, Leute? Ja, Wallah. Ich esse nicht, was ich sagen soll, Leute. Wallah. Wisst ihr, was ich jetzt krassiere? Guck mal, guck mal. Guck mal jetzt. Leute. Menschen reden viel, wenn der Tag lang ist, ja. Keiner von denen kann was, Leute. Aber die reden, die reden, die reden, die fühlen sich halt, ne? Die, die... Meinung zu böse Mann und Amar. Sehr gute Frage. Wer hat die Frage gestellt? Respekt für so eine Frage, ne? Weil man muss schlau sein, so eine Frage zu stellen. Ich bin nicht ehrlich, ich war mit Amar live. Ich war mit Amar live. Er ist ein guter Junge. Er ist gläubig und so alles, aber... Böse Mann haut ihn. Man muss ehrlich bleiben. Böse Mann haut ihn, Leute. Und das heißt jeder von uns. Böse Mann ist ein Panzer. Böse Mann ist... Weißt du, Leute, wie Böse Mann kämpft? Wie Brock Lesnar im Primetime. Kennt ihr Brock Lesnar? Genau so kämpft er. Wie er drauf achtet. Wie er guckt. Wie, 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 wie. Strateg, Alter. Was ein strategischer Typ, Alter. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, Leute. Ich warte auf jemanden, okay? Auf wem wartest du? Warte doch. Ich warte auf jemanden, jalla. Sam? Konferdiener macht dann seine Saga an Sam. Aber mit Untergürtellinie und so. Komplett. Untergürtellinie. Gürtel soll bei ihm rein. Und so. Aber mit alles. Leute, kommt's. Gibt's Gas. Alle zusammen. Komm's, Leute, kommt's. Elsan, Elvan, danke. Hast du mit ihm den Streit gehabt gerade? Mit wem? Mit Sam. Mit Sam? Nee, wir haben uns unterhalten, aber der ist kein richtiger Mann. Er hat mit Männlichkeit nichts zu tun. Mascara, oder? Marela, wer ist der Mächtigste aus ganz Deutschland? Meine eigenen Eier. Welche Mächtige? Welche Mächtige? Es gibt keinen Mächtigen. Meine eigenen Eier. Das ist ein Dank. Der Typ ist krank, Leute. Ja, Wallah. Monach, Kraslic, danke. Danke an ihn. Alle gleichzeitig tippen. Nee, deine Rose. Marela. Ja? Du bist eingeschenkt, du so, ne? Das sieht man auch. Ja. Aber denkst du nicht, dass diese Einschränkungen irgendwann weggeht? Hier deine Rose. Nein, ich glaube, die geht nicht weg, die wird stärker. Die wird stärker. Weil es kommt immer mehr Sachen, man kann Bus und Bahn umsonst, man kann, ich habe eigene Parkplätze. Es kommt immer mehr Sachen, also heißt es, die Einschränkung wird immer mehr. Die Rose schickt Kuss weg. Du hast recht, Muro, Robert, danke, danke an ihn. Soll ich Papa Ali reinholen im Stream? Wenn du mit ihm geklärt hast, hast du mit ihm geklärt? Ja. Dann kannst du ihn gerne reinholen. Ja, und man kriegt mehr Mitleid, ja, da habt ihr recht. Jetzt. Ribana, Wehe, danke, Hava, Arthur, danke, weiter. Ich muss danke an jeden, der was schickt, danke. Ich gucke, was die Leute zusammen... ... Jetzt, komm, Leute, Elvan, danke, danke an ihn, gib mal Gas, Leute, ein bisschen. Benjamin, danke, alle bei Benjamin plus weglauen. Der King gibt am meisten Gas. Carlos, wenn Carlos sei es, Alter, Wallah, er gibt immer Gas. Carlos, so ein guter Bruder, ja, so ein guter Unterstützer. Benjamin, danke, danke, Carlos, danke an ihn. Carlos, auf die Eins, Alter. Danke, Selina, danke. Wie viel Platz bist du, warte? Auf welcher Platz ich bin? Mhm. Platz 13. Boah, ich hoffe, Inschallah, du machst eins, ja, warum? Wallah, Nino Gashi, was ist mit dem, was für Nino Gashi unterstützt? Barallo, Wallah. Ja, Algin, danke. Algin, danke. Algin, danke. Danke, Algin. So, varte. Ja, ma son auf die Eins. Warte. Du machst Blatt, aber ich versuche, Arawad reinzuholen. Barano, ich frage dich mal jetzt eine ernste Frage. Ja. Denkst du, ich schaffe irgendwann mal in Rangliste reinzukommen? Du wirst irgendwann kommen. Inshallah, aber sonst kommen immer, weil die werden immer erfolgreich. Mura, danke, Siki, danke, danke an ihn. Alle gleichzeitig Stimmen, Leute, kommt. Was ist mit Nebel, schreibt da alle. Brauchen nicht alle zu schreiben, ich sehe das schon. Siegaren, danke, Siegaren. Also mit Nebel, Leute, er hat mit Musikkarriere angefangen. Leute, er wird Rapper. Er will mit TikTok nichts mehr zu tun haben. Er wird bald Songs produzieren, Songs rauszuholen. Er hat bei Sonny unterschrieben. Er bringt seinen eigenen Dings raus, sein Album. Nebel ist gut, Junge, Wallah. Und in diesem Album, Leute, wird es nur Disstracks geben. Nur Disstracks? Nur Disstracks, ja. An Tiktok oder an Rapper? An jeden. Er wird gegen jeden schießen und so, weil er hat krasse Rücken, hat er gesagt. Du musst Ansage an den Sigaren, du Jeremann, du musst Ansage an Sam und an Lucifer, musst du Iblis, der Teufel. An Teufel musst du auch reinquetschen, musst du krasse Ansage machen. An Teufel? An Teufel machst du. So. So. Salam alaikum Sam. Ich habe gehört, du bist krass und so, dies und das, aber für mich, du bist Mascara. Maske auf ganz TikTok. Weißt du warum? Weil ich habe gehört, Leute machen Sachen über dich. Schau dich mal an. Auf deinem Kopf, man könnte Ei kaputt machen und Spieglein machen. Spieglein. Warum? Sam, du bist ein Eierkopf. Entschuldigung, er ist doch stabil, Alter. Und alles, was es gibt auf dieser Welt, alles. Ich fange an. Was übertreibt deine Lage? Zum Beispiel, ich fange an mit meinem Pass, türkischer Pass, Sam soll bei dir rein. Ich hoffe, Flugzeuge sollen bei dir rein. Flugzeuge, alle, alle Flughäfen, wo man landet, alles soll bei dir rein gehen, Sam. Alles, was es gibt. Okay, jetzt am Teufel. Jetzt am Teufel, Ansage. Am Teufel? Ja. Teufel Lucifer, du kannst meine Hand küssen, erst mal. Doppelhand, gleich auch an der Stelle. Alles, was es gibt, Teufel, das soll bei dir doppelt reingehen. Alles, was es gibt, Teufel, soll bei dir rein. Teufel. Ey, Mandy, du bist Teufelsanbieterin. Guck mal, er macht an Teufel Ansage. Teufel, ich bin kein Teufelsanbieterin, Mann. Varello, erzähl nicht mal so einen Blödsinn. Ach so, tut mir leid, Mandy, ich dachte schon. Varello, ich habe eine Frage, sag mal, hast du dir... Ich habe sie gestummt. Ich lasse Teufel seine Kinder auf Flasche sitzen. Oh, Varello. Oh, mein Gott, ey. Oh, mein Gott, ey, Leute. Übertreibt komplett, ja. Mal wohnen, mal wohnen. Mal wohnen jetzt. Später. Verlierer-Ansage an wem? Sag du. Verlierer macht Ansage an... Rabi65 Berlin. An Miki. Okay, an Miki. An Miki. Und... An Jeans, wenn du ein Mann bist. Bessi, Bessi, danke, bin ihr gefolgt, du Jerman. Nein, nicht an Jeans. Lass die Jeans in Ruhe. An wem haben wir gesagt? An Miki. An Miki und an Flair. Und dabei sind an Jeans reingefetschen. Siegaren, Reimens, danke. All die ganze Zeit, ich stehe. Danke, Rahman. Würdest du dich trauen an, sagen, einmal sonst zu machen? Boah. Warte, ich wohne genau in dieser Stadt, wo die sind. Wallah, die würden mich, glaube ich, wegmachen. Aber ich mach, ich mach. Nee, erst mal, erst mal an Flair, Miki und Sinanji. Okay. Schiepe, danke, Zigarren, danke. Exo, neue, danke, danke, nein. Komm, zwei, bitte, alle zippen, totale zippen. Nicht an, noch sonst, die werden dich weg. Schiepe, danke. Mach nicht, Bruder, die machen dich echt weg. Jeder, mal drei, jeder der Rose schickt, plus ist weg. Barilla, schaffst du mal drei? Inshallah schaffe ich. Wenn meine Leute Gas geben, dann schaffe ich. Mal drei schaffen, Leute. Weiter, Leute, komm, 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 tausend. Danke. Komm, jetzt einmal mal drei. Benjamit, danke, 700 Punkte noch. Komm, Leute, 700. 100, okay, geschafft. Schlüsse Herzen, Allah. Danke, Benjamin. Benjamin, plus ist weg bei dir, tut mir leid. Nein. Leute, gleich alles mal drei. Alles, was verschickt, mal drei. 10K wie 30K. Guck, Leute, kommt. Carlos. Du irre, weiter, weiter, weiter. Danke. Benjamin, Carlos, bisse, danke, weiter, 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 weiter. Raymond, danke, weiter, 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 weiter. Bisse, bisse, Dennis, danke, schiepe, danke, weiter, 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 weiter. Nicht an. Zigarre, danke, schiepe, danke. Carlos, danke, weiter. Wieser, danke. Danke, Mann, Carlos. Digi-Stef, klarer, danke. Carlos, danke. Zigarren, danke. Warte. Klarer, danke. Ramon, danke. Nerv, danke. Danke an jeden. Was sagst du? Geht's dir gut? Ja, und dir? Mir geht's ein bisschen gut. Das ist ein Geschenk, Leute, ja? Nimm das nicht über, Leute, bitte. Schiebe, du Ehre, Mann, schiebe. Schiebe, bloß weg. Bessi, bessi, bloß weg, Carlos. Zigarren, Benjamin, Clara, Reimans. Danke an ihn. Du hast es weg bei euch, Walter. Von Seite, von Seite, von Seite. Muss ich dir sehen. Er, Mann, da. Du bist garne. was sind jetzt kommst Leute gibts Gas gibts Gas Leute gibts Gas Verliereransage an Dranath an wem Dranath noch ok an wen haben wir gesagt an wem du willst an Miki Flair und Sinanji ok Miki du bist größte Mascara was gibt du bist so dünn wenn man dich einmal watscht du fliegst um und jeder der mit dir ist die können auch alle meine Hand küssen weil du bist ein No Name No Name Charakter und dein Charakter ist auch No Name dein eigener Charakter was du besitzt dein Charakter alles was du besitzt an wem redest du über Miki grad ich rede über Miki Miki, Miki muss No Name und was ist mit Flair und Sinanji machst du die beiden wenigstens ich tue die beide verknüpfen in ein Seil binden in ein Schlauchboot U-Boot Miki soll auch da rein ich tue dir alle dass dieses Schlauchboot U-Boot soll alle bei denen reingehen alles was gibt alles soll bei denen rein Wallah ich lass sie auf Eifelturm wo dieser Leuchtturm ist damals es gab so Leuchtturm ich lass sie da drauf sitzen alles Mascaras die können gar nichts und keiner kann mein Eier an was keiner kann mir irgendetwas machen keiner Wallah keiner ey Gigi er redet die ganze Zeit über dich ich weiß Junge der ist ein Fan von mir der hat mir ich schwöre Liebeserklärung gemacht ich hab den Abfuhr gegeben der sagt ich hab ein Hotel ich bin reich und so komm ich mach dich reich dies ist es ich hab gesagt nein ich will nicht was redest du wer hat den reingenommen du lass ihn doch Barilla du bist nicht mein Typ verstehe es endlich ja guck dich mal an du guckst mal an du bist aus wie ein Mond ey bist du grad aufgestanden ich bin meistens grad zum Sport gekommen ja so schaust du auch aus dankeschön ey Sinangoku was geht Sinangoku Sinangoku ist dein Baba Sinangoku ist dein Baba auch nicht schon du wusstest dir dass Barilla Sinanji Cousin ist das ist einfach Cousin das ist dein Ex ey hör mal das ist dein Sinanji ist dein Ex Mann Sinanji ist dein Ex Mann Sinanji soll bei Gigi rein ey ey guck mal ey sie hat doch Kinder die Kinder sind von Sinanji von ihr Kinder sind von Sinanji deine Kinder auch wenn Bruder auch wenn auch wenn du brauchst nicht gegen mich zu schießen gegen mich hast du sowieso keine Chance gegen mich zu schießen wer bist du ich hab ihn aber Gigi eine Frage Zigarren danke bist du besessen ob ich besoffen bin besessen besessen die ist von Illuminaten Bruder die ist von Illuminaten Haschmet Crackmet und Sickmet kennst du die der sieht einfach aus wie ein psychkranker Ding und wie ein psychkranker Eischhörnchen du hast kein rederecht sinan goku hat wenigstens was zu sagen über drei mal nicht weißt du was das gemacht hatte im leben was hat er alles gemacht der sinan goku hat nicht geklappt hat nicht geklappt seine kinder sind sowieso weg von dir meine kinder weil du deine mutter leute macht rosen voll 32 punkte 32 punkte macht die großen fall aber bloß danke meine kinder Du hast dich verhungern lassen, oder? Ja, ja, ich hab dich verhungern lassen. Ich hab dich allein gelassen und ich bin auf Party gegangen. Jetzt gibt's Gas. Sei jetzt ruhig mal. Du lässt deine Mutter verhungern. Du lässt deine Mutter verhungern. Geh, kümmere dich um deine Mutter. Warum gehst du auf Mutter? Warum gehst du auf Kinder? Deine Atme! Deine Atme! Deine Atme! Deine Atme! Deine Atme! Jetzt bist du ein Orospu çocuğu, bist du ein Pich. Du bist ein Pich. Du gehst auf Familie. Du gehst auf Familie. Du bist ein Orospu çocuğu. Dein Baba ist weg. Dein Baba ist weg. Der kümmert sich nicht um. Ja, fertig. Der kümmert sich nicht. Was können meine Kinder dazu? Ihr beleidigt Eltern, Familie, Kinder und alles. Wer meine Kinder einmischen, ich beleidige seine Eltern. Punkt. Meine Kinder können nicht... Meine Eltern haben mit TikTok nicht zu suchen. Du bist ein Orospu çocuğu, Bruder. Wenn du auf meine Kinder gehst, du bist ein Orospu çocuğu. Jeder auf dieser Plattform, der meine Kinder in den Mund nimmt, ist ein Orospu çocuğu. Senin ananin ofgadene. Senin ananin ofgadene. Kannst du nicht, kannst du nicht. Senin ananin ofgadene. Oh, 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 oh. Senin ananin ofgadene. Köpek. Sinan Goku, du. Hey! Hör mal zu. Guck mal, geh nicht auf Familie, dann geh ich nicht auf auch auf Familie. Orospu çocuğu. Bariszy zain Orospu çocuğu. Hey, Leute. Manifing, manifing. Manifing, manifing. Bariszy zain Orospu çocuğu, der Kinder in den Mund nimmt. Ey, adofa ich zu streit. Eib ist das, eib. Guck mal. Ihr müsst ja die Sache verstehen. ligere. Rachel. Uyl a rausfatt, ihr kommt gleich? Um야지. in einer einsamen insel nur die talks für nur reden denkst du das wäre mal das würde mal zustande kommen ich weiß nicht du bist doch zu 70 prozent behindert hast du gesagt hast du allein überhaupt auf einer einsamen insel ja du nimmst mich mit nicht ein erziehungsberechtigter doch ich unterschreibe dass du mein erziehungsberechtigter bist du nimmst mich mit geht doch mit barellos lustiger ja mit barellos einmal gehen aber ich will mit dir einmal nur gesicht an gesicht die talks führen wir können auch genau bei diesem fluss wo diese steg ist diese holz steht nur reden fluss vor allem ja aber mehr oder was ich weiß nicht nicht mal wissen dass eine insel nicht aus fluss besteht aus und eingeschränkt dass sie doch dann im dschungel im dschungel können wir auch reden guck nicht so viel filme barella da gibt es auch dschungel und gewalt und jetzt kommt hat auf aber was daran stimmt ich möchte nicht ist nicht schlimm aber ihr habt mich gefragt und auch bei einer frage darf man ja und nein beantworten meine antwort ist nein wieso akzeptiert ihr das einfach nicht ja was hat das mit akzeptieren aber barella ich könnte dir jemanden finden der mit dir ist auch eine live zu schauen du brauchst nicht schon barella hat die fax gemacht auch wirklich was habe ich mit gesagt was irgendwas ist ich habe eine andere an die gemacht mich zieht das wieder zurück weil mittlerweile mich geschieht nicht mehr gegen mich mit jetzt tut mir leid es kommt nicht dann warst du gerade live mit dem was sie hat live mit barella was hat man dafür ansagen gemacht hat dann war gern die oja hat über die man die schon mal wenn er richtig übertrieben hat und unter göttlinie gegangen ist wie die gesagt haben ja und ich sage die wallah 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 bruder ich fahre sofort runter ich warte jetzt ich gehe jetzt auf und ich hoffe es ist auf der folie und ich sage dir noch bevor du wach wirst ich bin bei euch ich werde dich nehmen weil du bist derjenige dafür dafür sorgt reicht mit der salami ich hab dir tausend mal gesagt ich bin ich will dir nicht wehtun ich bin nicht so die frage reicht mit dir mach ich auf mich ich kann nicht ich kann mich entschuldigen ich kann mich entschuldigen kann ich nicht machen du schiebst du 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 sorgst dafür dass die leute mit dir das spielen um um ansagen reicht mit dir ja okay es hat diese filme nicht mehr auch jetzt kommt nicht mehr vor ich schwöre aber aber miki hat nicht der barella übertrieben hat wenn barella übertrieben hat bevor du wach bist ich bin bei dir bevor du wach bist guck mal warum gehst du immer auf schwächere warum gehst du auf mich geht auf ihn ich gehe nicht auf schwächere du machst diese ganze diese ganzen ansagen diese spielerei mach das nicht barello reicht mit dir okay es tut mir leid es kommt nicht mehr vor kann ich kann das nicht rückgängig machen ich kann die zeit nicht zurück sondern es passiert jetzt aber miki miki eine sache habe ich jetzt nicht verstanden hat er ansagen gemacht oder barella die habe gespielt und ich kann mich schon vorstellen dass barello gesagt hat komm ansage gegen miki 100 prozent ja ich habe auch lustig gesagt ich dachte macht nicht es gibt keine lustige mehr barello guck mal pass auf pass auf es gibt zwischen mir und dir keine lustige mehr ich mache guck mal ich habe dich mit darat marat ich will das auch nicht mehr machen ich habe keinen bock auf diese ich will mir aber von euch nicht mehr anhören aber ich sage dir wenn etwas schlimmes dabei ist ich schwöre dir bei allah bevor du wach bist ich bin bei dir ich gehe jetzt auf und warte auf diese for you ich wünsche mir dass sowas nicht vorkommt weil ich habe keinen bock dir weh zu tun was ist für dich genau schlimm und so damit ich wissen kann wenn jemand auf die familie geht es schlimm ja dann ist es okay aber du gesagt sachen rein und so aber das ist auch eip sachen rein ja ich habe gesagt flugzeuge mit piloten und so wie du gesagt das wirklich piloten mit flugzeug sollen bei dir rein hat er gesagt ich habe gesagt ich spiele doch auch nicht um ansagen spielen wir um ansagen er würde niemals auf mutter und vater gehen ich habe gesagt glaubt nicht den chat fragt ihn selber bruder nein da geht doch nicht ich sag auch nicht dass er auf diese mutter geht also wenn ich dieses spielchen auch nicht machen einfach normale ansagen soll ich gar nicht dich erwähnen ich spiele in das spielchen ich mache keine ansagen ich mache keine ansagen gegen dich ja keine ansagen lass keine leute über mich ansagen machen ganz einfach aber wenn ich gegen dich schießt und so bekomme ich zuschauer dann gönn mir doch ein bisschen ich gönn dir die zuschauer aber schließlich gegen mich was willst du schießt gegen mich bist du bescheuert ja ok dann mach ich nicht mehr es kommt nicht mehr vor also nimmst du meine entschuldigung an ja oder nein ich habe mich nicht mehr entschuldigung deine entschuldigung ist wie 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 keine ahnung was auch immer was nicht normal ist ravi ravi mach mal dein kippe weg wegen kopf ich schwöre auf seine glatze und dafür legt er seine hand ins feuer wenn ich noch mal eine ansage ich mache dann solle ravi ok wenn du nix in schall da wirst du nie ein bad kriegen wie mein ich weiß du willst du ein bad haben sie nicht packen der mächtigste auf begeht nicht rocki hat er hat ich habe gesagt niemals er wird auch familien unmöglich das geht dann nicht nur um die familie habe wir unter familie oder so das macht er nicht das weiß ich doch dass berlok nicht bei sowas geht aber es reicht schon dass die irgendwelche sachen sagen habe ich mir bei andere leute was das spielt gegeneinander sowas reicht okay was kann ich jetzt machen damit ich das gerade biege und habe ich mir erwähnen kann das werde ich gar nicht mehr wählen kann ich damit dann noch mehr ansagen macht und noch mal beleidigt wenn ich meine verantwortung auf barello seine verantwortung soll ich kniebeuge machen auf was aber ganz ehrlich weißt du was barello eine sache muss ich dir sagen ich mag ich kann ich bin nicht ehrlich aber eine sache feiere ich dich du kommst immer davon ich weiß nicht wie du das machst aber du findest immer ein loch wo du rausfliegt der gibt er findet immer ein schlüpflok egal was der macht der junge ich schwöre bei gott der junge findet immer rausfliegt ich habe schlechte gewissen wallah ich mache als bestraft und kniebeuge miche gib mir ein gött 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 weil 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 das weil das man nicht mehr ernst nehmen kann barello ich will nicht dass du sowas machst ich will nicht dass du dich lächerlich machst wenn du das machen möchtest für deine zuschrauber macht das ich aber bruder fährt ferrari weil er seinen dings macht hey die leute sagen barello rein tun da muss ich entschuldigen wallah eip ist das weil er hat gesagt piloten mit flugzeug soll bei ihm mutter da bekannst du ganz kurz raus bitte ohne ohne ja klar kein problem ich bin euch mal gefolgt er soll wirklich kein fach zu machen ich habe keinen bock jetzt 300 kilometer mit mich loszufangen sagt barella barello wartet die autobahn ist hier direkt direkt die autobahn ist hier nein ich würde dich doch nicht alleine lassen aber ich habe auch verstanden dass das dass ich dass ich dich mit dieser rat ein bisschen verletzt habe ich habe aufgehört ich mache das nicht ich habe gemerkt das tut nicht gut für dich dass du weitermachst dass du weitermachst was ist denn dein problem dass du gegen mich ansagen muss ich habe nur gesagt alles bei dir rein und so also nur ist das nur du hast jetzt gerade du hast jetzt gerade das gemacht reicht was denkst du mal da denkst du man ist jetzt jeder ist sie ein kleines kind und denkt sich jeder darf anhand jeden ansagen machen oder was los mit dir aber ich weiß nicht ich nehme was ich nehme dich nicht ernst du bist du dann sag mir wo du wohnst 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 und ich zeige dir wem du ernst nehmen kannst barella barella für diesen bad was gerade raus wächst musst du dich entschuldigen diesmal für diesen sachen okay nein nein ich sage euch ich bin demnächst so oder so bei euch in der stadt immer ich werde nur noch in eurer stadt sein und du wirst sehen barella wo auch immer du herkommst du wirst sehen wo auch immer du herkommst wie deine hässliche visage die du gerade hast diese hässliche gesicht in diese tik tok hast du wirst sehen du wirst sehen was mit dir alles passieren wird und ich verspreche dir das dein lachen wird vergehen und barella und barella ja ja dein bad wirst du sehen was mit dem bad passiert und du wenn du weitermachst ich habe gesagt guck mal wenn du weitermachst das ist für mich jetzt das ist für mich jetzt hier gegessen wenn du weitermachst ich höre auf rabies leben wir werden nie wieder so was du brauchst dich auf rabies leben zu schwören mach das einfach nicht barella dein schön bad du willst noch bald sehen was mit dein schön bad passiert hat man es noch einmal ansagen hier wieder macht den ihr macht dann sage an mickey und rabi dazu kommen wenn du mein mann bist wenn du mein Mann bist aber allgemein seid ihr stimmt tipp 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 alle gleich seid ihr stimmt alle gleich seid ihr stimmt alle gleich seid ihr stimmt miki ravi ravi aber murat muss auch rein quetschen ok haha haha vallah ich nehm dir nicht ernst vallah und rabi auch nicht keinen und murat versus murat Aber übertreiben, ne? Ja, ich übertreib. Ich so. Danke, Murat, danke. Alle Gerechtigkeit ist schlimm. Komm, Leute. Tippt, Leute, tippt. Und macht alle Plus weg. Ich schließe alle Namen vor, die Plus wegklauen, Leute. Albu, danke für Plus weg. Fiorenzo, danke für Plus weg. Macht alle Plus weg bei mir. Miki. Exxon, danke. Gufi, danke. Danke, danke an jeden. Silber, danke, danke an jeden. Tippt, tippt, tippt. Alle Gerechtigkeit ist schlimm, Leute. Kommt. Exxon, danke. Nico, danke. Ja, Blacky. Ich nehm's nicht ernst. Leute, das sieht unsere Punkte nicht. Alle Gerechtigkeit ist schlimm. Wer war das? Wer war das? Danke, Exxon, du Ehre, Mann. Du King. Leute, alles doppelt gleich. Alles doppelt. Alles doppelt. Carlos, gleich Carlos. Leute, gleich hier deine Rose. Hey, an Miki und Murat übertreibst du, an Rabi machst du ein bisschen leichter. Okay. Okay. Okay, weil er bleibt politisch korrekt und so. Er kann gut. Okay. Okay, sehr gut. Alle Gerechtigkeit ist schlimm. Heute kommt eine Rose noch. Noch. Hier. Weiter, Leute. Weiter. Jetzt gibt Gas. Weiter 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 weiter. Oh mein Gott. Bosnia pluses weg du Ehre Mann alle bei Bosnia plus weg clown Leute komm. ihre frau bin dir gefolgt schönste koden alter benjamin danke weiter weiter danke danke an ihn carlos zu ihrem mann weiter ich küsse danke an jeden danke 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 weiter aber verlierst du Wer ist Micky, ja. Jünger, wie weißt Micky? Micky hat was zu sagen. Micky fährt zu dir. Unsympathisch, danke. Unsympathisch, danke. Danke an jeden. Danke. Elvan, danke, Jimo, danke, danke an ihn. Tippt, Leute, tippt. Tippt, Leute. Inshallah, verlierst du. Lolo, danke, danke an ihn. Varela? Ja? Rabi nicht machen. Da, Leute, oh, an Rabi. Was Rabi nicht machen? Rabi korrekt. Er ist korrekt, aber wir machen korrekte Ansage an ihm. Wir übertreiben bei ihm nicht. Bei ihm nicht übertreiben, bei den anderen übertreiben. Nein, bei Rabi nicht. Aber bei niemandem Familie. Niemand. Nein, nein, Eltern nicht, Mann. Eltern nicht. Eltern nicht. Nicht gut, Eltern, gar keine in Familie. Nein, Familie auch nicht. Nur die hier auf TikTok. Ja, nur Personen, genau. Bei Rabi machst du ganz gleiche Ansage. Und bei den anderen, Elvan, Exon, danke. Bei den anderen, ich übertreibe jetzt. Reif, danke. Aber nicht für Eltern und Familie und sowas nicht. Aber ich übertreibe, ich weiß schon, was ich mache. Aber kreativ bitte. Denk nach. Du musst klasse Ansage machen, was der Wahrheit entspricht. Okay. Ich habe 40 Sekunden noch. Lass mich kurz überlegen. Okay, erst mal Miki. Reif, danke, danke. Okay, ich habe was über Miki. Und wer hast du gesagt? Murat, oder? Murat, ja. Ja, schau zu, wer schaut zu, Leute. Übertreibe nicht. Wer war Murat nochmal? Ey, die machen, ich glaube, die machen live Reactions. Elvan, danke, Reif. Wer? Murat war der eine, der eine auf Breit, du such. Der so chillt. Ah, den kenne ich, okay, okay. Okay. Leo, Carlos, Bosniak, Elvan, danke. Danke an ihn. Okay. Fang von den leichtesten, Rabi. Danach gehst du auf Mora, danach auf Miki. Okay. Rabi, 65 Berlin, oder wie du dich hier auch nennst. Ja, ich feier ihn voll, Alter. Voller King. Ich feier ihn auch, aber er hat schon so ein bisschen seine Macken. Er macht mich hier auch hin auf Streitschlichter und so. Was für Schreitschlichter, streite dich erst mal, schlichte dich erst mal selber und dann Urteile über andere Leute und tu hier Streitschlichter und mach Cheir. Weil am Ende des Tages, keiner nimmt dich ernst, weißt du, Rabi? So, ich nehme dich auch nicht ernst. Deswegen, Rabi, bitte bleib in deinen, ich weiß nicht, was du... Ja, okay, lass mal Rabi in Ruhe, Alter. Aber Murat ist King, Alter. Was ist deine Meinung zu ihm? Meinst du, der so... Weil diese Live-Reaction und so? Seine Live-Reaction, diese Monitor und alles, was da ist, alles, ich lasse ihn da drauf sitzen, es soll alles bei ihm reingehen. Plus... Ey, vertreib mal, deine Lage nicht, er ist etwa älter, ja? Lass ihn mal in Ruhe. Miki ist der King. Was sagst du dazu? Miki Maus, Miki, wallah, er wurde von Leuten geklatscht. Von Abu Chaka, seinen Neffen. Wie war sein Name nochmal, wie war sein Name nochmal? Warte, 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 warte. Nasser, Nasser, glaube ich. Er wurde von Nasser, diesem Boxer, geklatscht. Und Miki, Zahnstocher, Miki, es sieht so aus wie mein kleiner Finger. Er konnte gar nichts machen. Warum? Weil ein Miki Maus auch bei einer Sendung kann nichts machen. Warum? Er ist Miki Maus. Deswegen, keiner nimmt ihn ernst, er ist ein Maskerer. Jungen, was du sagen, Alter, pass auf, Junge, er ist auf Straße aufgewachsen. Wie redest du über ihn? Straße soll bei ihm reingehen, wallah, ich nehme ihn nicht ernst. Was für Straße? Wenn der Straße wäre, er würde sich wehren. Er hat nichts gemacht. Warum? Er ist Maskerer, Lolli, Lollipop. Wallah. Keiner nimmt ihn ernst. Ich nicht mal, ich nicht mal 1%. Warte, warte, ich gehe zu denen jetzt. Ich gehe zu denen, warte kurz. Okay. Leute, sagt, Rabi Bareillo wartet. Nein, wo sind die? Jetzt kann ich so tun, Leute, ihn auch. Ich habe gesagt, mach nicht und so. Redet ja, redet miteinander. Bestfreunde. Stört dich das? Bareillo, geht's dir gut? Bisschen. Und euch? Alhamdulillah. Wenn ich dein schönes Gesicht sehe, dann erleuchte ich... Ich habe so schlecht gewusst, ich fühle mich so schlecht. Ich sage tausend mal zu Bareillo, wenn Rabi den Ehrenmann nicht, er sagt King, er will ihn, wenn du willst, aber nur Rabi sein Name nicht, er will dein Name, er sagt, er macht Ansage an dich. Wallah, Leute, wallah, ich fühle mich schlecht gerade. Das ist jemand, der schickt gerade anfragen, soll ich annehmen oder nicht? Weiß das. Mach keine Ansage an Murat, mach eine Ansage an Rabi, ich schufe auf alles, ich schufe auf alles. Die Leute sind Zeuge, ich soll morgen nicht mehr wachen werden, wenn ich lüge. Ich habe gesagt, er will Murat nicht, er will Rabi nicht und er will Miki nicht. Das sind irre Männer und die sind älter als du. Er hat so, bei Murat soll diese ganzen Monitoren so rein, ich so, ey, pass auf was du redest, bist du, ey, weißt du was du gerade sagst und so. Ich habe ihm gesagt, hör auf, er ist breit, er so, er übertreibt seine Lagen. Und bei dir, Rabi, hat er auch gesagt, die Straße soll bei dir rein. Ich schäme mich zu erzählen, was er gesagt hat. Ich könnte das nicht mehr zuhören. Was sagst du Murat Abi dazu? Was denn? Ja, was die gesagt haben, die haben mir jetzt Ansage gegen uns gemacht, Wallah. Wer? Nicht, Wallah, ich habe keine Ansage gemacht. Leute, sag Barello, Barello, was bist du für ein Landsmann? Was ich für ein Landsmann bin? Jetzt ernsthaft, ernsthaft, ich will dich nicht beleidigen oder so. So, was meinst du genau, was du für ein Landsmann ich bin? Was für ein Landsmann bist du denn? Bruder, egal was Barello macht, ist sowieso Barello schuld, das wissen wir ja, das ist ja sowieso. Das braucht ihr mir nicht zu sagen, das geht sowieso alles auf ihn zurück. Die Strafe bekommt er ja. Ist ja egal, wer die Ansage macht. Aber warum bekomme ich die Strafe? Was habe ich denn gemacht? Warte, 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 Rabi, hat er Ansage gemacht oder Barello? Guck mal, ich erkläre dir, diese Leute sind seine, weißt du, er fühlt sie wie er will. Und wenn er sagt, wir machen Ansage da, die machen, wenn er sagt, sagt Entschuldigung, die machen. Ich habe doch gesagt, erhauf damit. Deswegen, wenn dieser Barello Ansage macht, geht alles auf den Hauptbarello. Er hat die Verantwortung über diese Leute. Rabi, ich schwöre auf dein Bart mit Lücken, ich habe sowas nicht gemacht. Allah, ich habe keine Lücken wie du, Habibi, guck mal, Maschallah. Okay, Leute, sagt Barello, Barello, warte, mit wem ist er live? Mit dem gehe ich nicht live, unmöglich. Nee, aber muss ich entschuldigen, ganz ehrlich. Ich bin doch kein Kind, Bruder. Schon längst verziehen die auch, ich küsse ihr Ernst. Bei mir klappt... Allah, Rabi, ich komme gerade durcheinander, wer hat denn jetzt Ansage gemacht? Er wurde mir andere. Bruder, der andere hat gemacht, in seiner Begleitung, also ist er auch mitgefangen. Nein, wie kannst du sagen, in meiner Begleitung? Mitgehangen, mitgefangen. Ich habe gesagt, erhauf damit, ich habe meine Ohren zugebracht. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Mitgehangen, mitgefangen. Nein, ich habe meine Ohren zugemacht, die Leute sind Zeuge. Sie liegt in meinen Armen. Ich küsse euer Herz, Leute. Wallah, ich habe ihn schon verziehen. Wallah, die tun mir so leid, ich schwöre auf Gott. Ich würde die nicht machen, ich würde nichts machen. Ich habe nur Angst, dass meine... Barello rein. Weißt du, vor was ich Angst habe? Ich habe nur Angst, dass meine Cousins oder Neffen euch irgendwo sehen und danach was Böses machen. Wallah, ich will das nicht. Bitte an alle meine Familienmitglieder und Freunde und Cousins und Neffen, bitte macht nichts bei denen. Wallah, die sind harmlos. Das sind süße Typen, die ein bisschen hier ihr Spaß machen. Wallah. Ja, ich... ...so. Deswegen. Ja, nee, ich nehme das nicht ernst. Ich verzeihe den für Allah jetzt schon. Ich sage nicht eine Sache zurück auch. Wallah. Aber man... Meinst du, ich nehme Pokémon ernst oder was? Nein, aber man sieht die doch irgendwann, inschallah. Ich nehme dir auch keine Pokémon ernst. Dann ich gebe denen so eine Liebe, haben sie noch nie in ihr Leben bekommen, dann werden sie uns respektieren, Bruder. Mit Liebe, subhanallah. Junge, diese Umarmung, diese Liebe, was er kriegt, er spielt so eine Energie, Panikattacken. Aber Barello, wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Ich gehe um den Rameen. Barello, darf ich dein Freund sein? Und ich lege meine Hand auf Koran. Ich... Aber wir sind Privatfreunde. Ja, natürlich, aber gib mir deine Nummer. Wallah, ich mache keinen Spaß. Ich lege jetzt vor allem meine Hand auf Koran. Ich gehe nie wieder mit dir live. Okay, warte, warte. Hast du zwei Tenden? Privat dein Freund sein, Wallah, ich mache keinen Spaß. Okay, hast du... Hast du sein Handy? Schreib mir deine Nummer, Privat. Ich hab dich doch mal angeschrieben. Wir haben doch mal geschrieben. Haben wir auf WhatsApp geschrieben? Ja, wir haben mal geschrieben, aber danach hast du... Auf WhatsApp? Ja. Okay, hab ich nicht blockiert? Warte, ich schreib dir noch mal. Guck mal, ob du bekommst. Zeit. Leute, was redet ihr? Barello hat nichts gemacht. Wozu diese Fitna? Okay? Wallah, hab ich nicht gemacht. Junge, wo bleibt dieser Barello, Alter? Wie ein geschenkter Typ ist, Alter. Wallah. Hast du bekommen, Barello? Ist gerade zwei Haken angekommen. Warte, ich gucke. Ich weiß selber nicht mehr, wie ich glauben soll, Alter. Ah, jetzt habe ich es bekommen. Hast du es bekommen, Bruder? Ja. Okay. Und dann, Ravi, ein Stream mit dir und du hast meinen Account auseinandergebracht. Bruder, du... Schwander, ich hab meinen... Du hast meinen Account hier geleuchtet. Warte, ich erkenne... Ich erkenne meinen Chat gerade gar nicht mehr. Jetzt ein Stream. Ein Stream hab ich nur mit dir gemacht. Wir haben nur ein Stream mit dir gemacht. Aber... Wir haben nur ein Stream mit dir gemacht. Aber... Aber... Wir haben nur ein Stream mit dir gemacht. Aber... Aber... Nein, entschuldige dich. Das geht wirklich nicht, was du gemacht hast. Entschuldige dich bei Murat. Was für Monitoren und so sind. Was übertreibst du deine Lage? Okay, Murat, es tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Was denn? Was hast du denn gemacht? Nimmst du meine Entschuldige an? Entschuldigung. Ja, ja, ja. Was hast du denn aber gemacht? Ich hab Ansage gemacht gegen dich. Wie kann ich eine Ansage von einem Mann... Barello. Bitte, bitte, Barello, warte. Wie kann ich von einem Mann eine Ansage ernst nehmen, der ein Gesicht hat wie ein Pumaschuh, reintreten und wohlfühlen? Ich wünsch dir was, Hade. Hey, richtig gescheit. Hade, tschüss, sieh zu. Fick dir, fick dir. Fick dir. Ja, und Barello, ich mag dich irgendwo. Ich sag dir ehrlich, aber mit ihm hab ich absolut keinen Bezug, weißt du? Deswegen... Entschuldige mich, ich entschuldige mich. Bruder, ich hab dich schon längst verziehen. Ich hab aber nichts Schlimmes gegen dich gesagt. Ich hab bei dir Leichte gegeben. Kleiner, so klein. Bruder, ich hab Angst, dass meine Wissen nicht kriegen. Ich hab Angst um dich. Wallah, mach das nicht, Bruder, bitte. Ich hab so nix. Mein Herz ist sauber. Aber Wallah, wenn irgendein Neffe dich sieht, weißt du, wie viel Familie ich hab? Bei Allah, du kriegst so Schellen, du hast noch nie sowas bekommen. Ich will das nicht, Bruder. Bei Allah, ich wünsche dir das nicht. Und ich ermahne jeden, der mich liebt, fasst ihn nicht an, wenn er ihn sieht wegen mir. Ich will diese Sünde nicht mittragen. Aber bist du streit schlichter? Streit schlichter? Ich bin gar nix. Ich bin ein Typ, der versucht irgendwie, seinen Weg zu gehen. Wallah, mehr nicht. Ja, Wallah. Hab ich dir nicht gesagt, schäm dich. Hab ich dir nicht gesagt, mach eine Ansage, den ist ein Ehrenmann. Hab ich dir nicht gesagt. Das ist sowieso deine Schuld, Barrela, im Endeffekt. Nein, nein, ich hab auf eigene... Weil Barrela ist eigentlich immer höflich gewesen. Barrela, guck mal, sei ehrlich. Hab ich dir nicht gesagt, mach nicht. Ja, ich bin auf eigene Fuß gegangen. Wallah, ich hab einfach so gesagt. Ja, aber... Würdest du dich trauen, so was in mein Gesicht zu sagen, sei mal ehrlich, Sticke? Ich weiß nicht. Guck mal, mein Bruder, die guckt zu ihr, er kriegt seine Macken. Wallah, Bruder. Ich will das nicht. Ich sag euch, ich mach das nicht. Ihr seid dumm, Wallah. Mach das nicht bei jedem, Bruder. Aber schau, für dein Bart und für mein Bart, ich hab nur kleine, kleine Seiten. Ich hab mich doch schon verziehen. Alles gut. Ich verzeih dir für Allah, Bruder. Für alle Leute, ich verzeih dir für Allah. Okay? Okay. Aber... Aber entschuldige mich bei Morat auch. Ich entschuldige mich jetzt bei dir auch, Morat. Ich hab echt, ich hab bei dir nicht was Schlimmes gesagt oder so. Okay, kannst du wiederholen, was du gesagt hast? Weil ich hab nicht zugehört. Ich hab meine Ohren zugemacht. Weil ich hab mich geschämt. Nein. Wiederholen nicht. Ich wiederhole. Ich hab gesagt, diese Monat, wer immer LKW gefahren ist, ich weiß nicht, ob es immer noch LKW gefahren ist. Nee, fahr ich nicht mehr. Ich hab gesagt, diese Monitoren und so, die Reaction, was du machst, das soll bei dir reingehen, aber... Aber du meinst, ich hab eine Frage, von welchem Baum hast du geraucht? Erstens. Zweitens, hat man bei der Zeugung bei dir die Socken angelassen? Ja. Ja, so siehst du auch aus. Bei dir hat man echt die Socken angelassen, Alter. Du wurdest auf jeden Fall nicht mit Liebe gezeugt. Ja, ich mach immer mit Socken. Nee, nicht du. Ich red nicht von dir. Wurdest du gezeugt, als man die Socken angelassen hat. Nicht du. Nimm die doch nicht ernst. Du kannst doch drüber stehen, Junge. Ich hab keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock drauf. Ey, Arte, der kann die doch nicht. Zeig wirklich ne Schreue und so, dass du es einsiehst. Ich bereue, dass ich die Ansage gemacht habe. Nimm's meine Entgündigung an. Verlierer macht Ansage an Miki jetzt. Der mit wenigsten Punkte. Ich hab dir doch grad gesagt, ich nehm eine Ansage nicht von einem Mann ernst, der ein Gesicht hat wie ein Pumaschuh. Reintreten und Wohlfühlen. Und dann landest du vielleicht bei mir. Und ich therapier dich. Lass dich nicht auf seinem Niveau. Verzeih ihn. Als wäre er. Ich halte meine Klappe. Ich halte meine Klappe. Verzeih ihn. Als wäre er dein Neffe. Jeder der rote Löt. Jeder der rote schickt bloß weg. Herr Lerner macht Ansage an Miki. Tick nicht mehr. Sauber, ja. Hey, aber Barella, was denkst du, wer Stärker ist? Murat oder Barella? 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 Nein. Nein. Ich bin doch nicht doof, ne? Er mein Konz. Du bist am Boxen, Alter. Du bist am Boxen, Alter. Barella, der rote schickt bloß weg. Wenn ich die Chance bekomme, dann muss ich von hinten gucken. Er sagt, er nimm dich von hinten. Was aber trägt der? Er hat sich widersprochen aus Versehen. Versprochen, meine ich. Deswegen meint er mit Socken und so. Barella, der rote schickt bloß weg. Lebe nur. Eine Frage, ist der Groschen jetzt nach zwei Minuten gefallen in deinem Kopf, oder was? Hast du das jetzt erst verstanden? Er fängt dem Rabi. Nee, ach, alles gut, Abi. Aber Rabi, du bist korrekt, ich mag dich eigentlich. Ich weiß, du magst mich, Wallah. Alles gut, ich küss dein Herz. Dankeschön, Freunde. Ich hab mal Angst um dich, Wallah. Aber Murat, du bist LKW-Fahrer und bleibst immer einer. Nicht schlimm. Einen, geh auf Murat, Abi, nicht auf mich, Murat. Warum auf mich? Was willst du von mir jetzt, Rabi? Warte mal, ich hab einen Stream gemacht, du hast meinen Chat vergewaltigt. Reicht doch, Bruder. Reicht doch. Warte mal, Rabi, warum geht's auf Murat jetzt? Ich sag ja, er sei Freunde. Ich hab ihn grade kennengelernt, Bruder. Ich mag ihn aber irgendwie. Aber Murat, hast du schon mal Schläge kassiert? Ja, ja, sehr oft. Einen Dankeschön fürs Folgen. Sehr oft. Von wem? Kevin. Verschiedene Leute. Hast du mit Alka die Fahrer gestritten, so auf Straße und so? Nö, das nicht. Wer Vorfahrt hat und wer nicht? Party. Dankeschön. Nein, nein. Auf jeden Fall hab ich nicht von solchen abgebrannten Streichhölzern wie dir Schläge gekriegt. Ich und du eins gegen eins. Na, gib dann dein ganzer Körper, ist mein rechter Oberschenkel, geh mal zur Seite, Alter. Bist du doof, oder was? Und du eins gegen eins. Geh mal zur Seite, Mann. Wie alt bist du, Barella? 25. Geh mal weg. 25. Er ist 20 Jahre älter. Geh mal weg. Aber Luft, hat er Luft. Ja, vielleicht hat er Luft. Ja, ja, ich hab Luft. Ja, such dir einen anderen. Ich hab Lust, lass mich in Ruhe. Ich hab Lust, lass mich in Ruhe. Ich hab Lust. Lass mich in Ruhe. Murat, hab ich. Machst du Kampfsport, oder ist das nur Fitness, was du da hast? Fitness und Boxen, das war's. Machst du Boxen auch? Ja, ja. Dann bist du mein Nächster. Aber ich war aber Sparingspartner. Du bist nur Sparingspartner. Also mich nicht. Du Sparingspartner. Wallah. Ich hab meine Lunge sehr... Rabbi, Barella heißt auch in echt, Murat. Lass mich in Ruhe. Dann kannst du mich doch nicht mit ihm vergleichen. Ansage an Miki, Miki. Oh. Barella, kommst du rückdisch am Samstag? Ja. Und du und dich machen wir uns auf die Straße. Mann, Mann, okay. Wenn du das machen. Wallah. Wallah, wenn du willst, gerne. Hey, Rabbi. Eine Frage. Ich komm auch. Komm, du? Kommt, ihr seid unsere Gäste, Bruder. Kommt. Nasse. Ich komm auch. Du bist doch mächtig und so. Ja, wenn es sein muss. Natürlich, keiner kann dir was. Aber du hast, glaub ich, ein bisschen übertrieben. Bist du auf Muttergang bei jemand aus Berlin? Nein. Und wenn ich das gemacht habe, ich habe mich auch entschuldigt und so alles. Aber da kann ich, da kann ich meine Hand komplett, kann ich rausziehen. Komplett kann ich rausziehen. Aber sie hat auch angenommen und wir haben Khair gemacht. Dann ist doch schön, dann ist doch schön. Alhamdulillah. Also Mutter und so habe ich... Wallah, Rabbi. Rabbi, Spaß beiseite. Jetzt Hand aufs Herz. Wir haben den Respekt zueinander verloren. Wir haben den Respekt zu unseren Eltern verloren. Wir haben den Respekt zu unseren Geschwistern verloren. Wir haben den Respekt zu unseren Geschwistern verloren. Wir haben untereinander den Respekt verloren. Nein, nein, hör zu. Wenn das so weitergeht, verlieren wir irgendwann den Respekt zum lieben Gott. Was wir alle untereinander mittlerweile schon machen, das ist nicht normal, Bro. Aber du bist doch darauf eingegangen, hast du... Verstehst du? Ja, ich weiß, ich bin ja auch... Aber du siehst, aber wie weit man geht in der Hut. Ja, das ist... Hast du jetzt... Hast du jetzt verstanden, warum ich eigentlich gar nicht in diese Bubble mit rein will? Aber ein stabiler Mann ist doch... Normalerweise hat er seinen Naft unter Kontrolle, oder nicht? Also hast du gut? Bro, leichter gesagt als getan, manchmal. Wallah, ja. Da muss man Iman haben. Manchmal ist es leichter gesagt als getan. Manchmal ist es leichter gesagt... Verlierer macht die Anzeige an Özgür. Ja, Mann, okay. Wer ist Özgür? Wallah, keine Ahnung, wer Özgür ist. Das ist der, der mich ins Krankenhaus katapultiert hat. Ich mach da nichts. Warum? Was hat er mit dir gemacht? Was... Was hast du ihm angetan? Alles gut, gar nicht drüber reden, Marello. Özgür Aras? Ja, ja, genau. Wer ist das? Hat er Insta? Kann man ihn schauen, wie er aussieht? Und dann waren es Libanesen, die ihm den Bart gezupft haben in McDonalds wegen mir. Wie? Ist egal. Oh, hier, Hani, Alatas. Aber wie kann man ihn schauen? Ich sag, du bist breit und so. Krieg du mal einen Schlagflug in die Fresse, dann will ich dich mal sehen, wie du ausschließt. Und was hast du sonst, wenn du es gehst? Ja, ich hab einen richtig drauf bekommen. Aber ich sag, ich will gar nicht drüber hier reden. Wie lange ist es her, Habe? Wie lange ist es her? Drei... Sechs Jahre? Sechs, sieben Jahre. Von sechs Jahren, Alter. Von sechs Jahren, Alter. Von sechs Jahren, Alter, wo ich mich geprügelt hab in der Schule, du hast einfach rassiert. Krass. Kann passieren, kannst du mal sehen. Natürlich kann passieren, Wallah. Das kann passieren, ich hab auch zwei, drei Stück auf meinem Kopf, Narben. Auch Todesstiebe. Aufschlösche. Kann alles passieren. Wollen wir Ansagen an ihn machen? Ich mach sowas nicht mehr. Für deinen Bart? Nein, Rabi, hast du Angst, dass es dir auch passiert? Nein, Wallah, ich hab von niemandem Angst, aber ich mach sowas nicht mehr. Du machst Rosen. Stell dir mal vor, mein Sohn sieht das, er will das auch machen dann. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Bitch. Kassan, Benjamin, danke, Plus ist weg. Elvan, Boazi, Plus ist weg, danke für Ruhe. Weitere. Dankeschön an alle Barelo, seine Leute, die schreiben Barelo-Team, aber wie möglich auch. Dankeschön fürs Folgen, Leute. Ich küss euer Herz. Ist passiert. Kassan, Rarami, danke. Dein tounistischer Bruder, Habibus. Sehr cool. Ist passiert, kann man nicht ändern. Egal. Äh, Barelo, guck mal bitte Sparing von Irfan an. Er hat gestern gemacht, aber ich trage meinen Gegner. Dankeschön, Freunde. Sag mir später deine Meinung, was du denkst. Okay, Irfan, der... Irfan Petschi, ich kämpf doch mit ihm. Wann kennst du mit ihm? Bruder, ich hab Fotos gesehen mit dir. Von dir auch bei ihm. Weißt du was, Dezember? Ah, okay, da kennst du? Ja, Rada. Danke, Elvan. Danke, Elvan. Salam. Danke, danke, nein. Ersehen, Salam, Ersehen. Wie geht's dir? Danke, weiter. Danke. Danke. Loni, danke schön. Irfan Petschi, ja, Leute. Bei YouTube könnt ihr das sehen. Ist so am Strand. Der macht so einen Sparing. Abu Fadi, Manager, danke schön. Arapat. Amen. Danke schön, Bruder. Azad, Habibi. Lozama, danke schön. Attila, Abu Betong. Ich küss euch. Alles gut, ja, Elzin. Was machst du denn? Lange nichts gehört, ja? Dankeschön, Lenis. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist ja. Moin, Moin. Karapier. Fui Steyler, Habibi. Hey, Barello, guck mal, ich hab gestern mit Yasir kurz geredet über dich, ja? Sag dir ehrlich, nachts, ich weiß nicht, vielleicht hast du da schon geschlafen. Und Wallah, könnte ich vielleicht ein Grund sein, dass ihr vielleicht mit euch euch einmal ausspricht und wieder alles... Nein, 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 danke. Darfe ich nicht? Gönnst du mir nicht, dass ich diese Scheid machen kann? Nein, ne? Was arbeitst du? Ich bin Gärtner Streusagen. Ich weiß, weil, ich schwöre bei Gott, ich hab das gemerkt, dass das... Wallah, Mann. Streitschlicht da. Streitschlicht da. Und Bruder, Barello, ich sag dir ehrlich, ich hab gemerkt, du hast die auch gemacht, aber waren so Kleinigkeiten, die unnötig sind, Wallah. Kommst du aus Fakrofamilien? Ja, mein Vater ist Fakro, meine Mutter ist Sado und die Mutter von meinem Vater ist Rammu. Wir sind sowieso alle im Eindruck. Wir lieben, Alter, drei Großfamilien auf einmal. Sag ich doch, er soll nicht so machen, Bruder. Also drei Großfamilien, eine Anfrage, oder? Meine Neffen und Cousins lieben mich alle, weil egal ob die Jungen sind, 18, 19... Rabi, ob dir eins, keiner kann dir was, Wallah. Ich liebe dich, Habibi. Wallah, bester Mann bei Allah. Der Stärkste, was ich je gesehen habe. Boah, drei Familien auf einmal, wie geht das? Mach bitte auch keinen Faksen auf Familie, bitte. Dann kann ich nichts mehr. Wallah, hört auf. Ich gehe sofort raus bei Allah, ich blockiere euch. Und jeder geht seinen Weg. Lieber lass uns so mit Spaß. Weil Familien sind immer andere Filme, Bruder. Aber krass, nein, ich fand das krass. Ich liebe meine Familie über alles auf der Welt, Wallah. Ich liebe die alle, Junge, Kleine, Oma, auch. Familie sah und auch. Hast du früher auch geschrieben, Murat, wo das passiert ist? Ja, klein, Facebook damals. Facebook? Ja. Warst du bekannt? Ich hab damals auch die Gruppe gehabt, International Beauty, eine Million Mitglieder. Was für Beauties? Eine Gruppe hatte ich damals, ja. Wie kann man auf Facebook streamen? Ja, wo ist eine? Also... Da hat der Scheiß so angefangen mit Streamen. Also früher hast du schon... Ah, wegen Streams hast du dich gehauen mit denen? Ja, ja, wegen Streams auch. Ah, wegen Anfragen? Du... Nein, nein, keine Anfragen. Keine Anfragen. Ich hab dich gestritten und hab dich gepackt. Ja, und nach den Selbstmordgeschichten wurde die Gruppe gelöscht. Wer? Wer hat gemacht? Ach, da ist einer vom zehnten Stock gesprungen, hat sich das Leben genommen, der zweite hat sich in die Brust geschossen. Wegen dir? Das ist doch im Fernsehen gelandet, in RTL sogar. Wegen was denn? Einer war psychisch krank, ist vom zehnten Stock gesprungen, im Livestream. Aber wegen dir? Nein, wieso wegen mir? Weil du hast ja Livestreams gemacht. Er ist live gegangen, du Vollpfosten! Pfosten. Pfosten. Also, warst du gut mit dem? Hab dir geschrieben? Na, ich kannte den gar nicht. Kannte den. Aber seitdem? Und dann hat sich einer... Ich glaub's ja Livestream, du Vollpfosten da unten. Lebst du hinterm Mond oder was? In Facebook hat's damals angefangen mit Livestream. Aber warum beleidigst du mal? Wallah, passt nicht zum Salter. Werd doch locker, hab ich erklärt den Leute so. Abi, das bist du? Ja, halb die, ne? So sah ich aus. Aber du, du warst gar nicht breit? Ja. Das war heftig, ja. Da hattest du 351 Zuschauer, krass. Hier, der Rose schickt bloß weg. Das war heftig. Wow. Aber was war mit deinem Auge? Ja, Amuri. Ich hab hier noch sogar die Platine noch drin. Du machst die Rosen voll. Tschüss, 37 Rosen. Hast du das geklärt, Abi, oder was? Murat, habt ihr das dann geklärt? Ja, ja, klar. Mach voll noch, mach voll noch. Ach so, hat er noch rastiert? Danach? Du, ich will gar nicht hier drüber reden. Scheiße, das ist lange her. Das gehört hier nicht rein. Was macht er jetzt? Ist er all live und so unterwegs? Das ist auch hier. Ist auch hier. Ist auch hier. Das hast du gepackt. You know war vor. Ja, stimmt, Emo. You know war vor Facebook. Dankeschön, Freunde. Benjamin, danke, Nado. Danke, danke. Aber Murat, hast du auch hier gestreamt, wo du gerade bist? Safari. Wo? Wie? Was meinst du jetzt? Also, hast du auch hier bei dir in dieser Wohnung gestreamt, oder hast du andere Wohnungen? Nein, nein. Immer in dieser Wohnung. Irgendwo. Mann. Wing to King. Wing. Audio 6. Warte. Danke, Nado. Larello, kannst du einmal Fakro 47 grüßen, bitte? Fakro 71, grüße gehen raus. Ja, warte, okay. Invereinigen, versatzen wir das, Leute. Aleikum salam. Hast du gesehen, Fakro, jetzt hast du 71 bekommen, also anstatt 47. Rebell. Alles gut, alles gut, Toschi. Leonardo, Dankeschön fürs Folgen. Gute Nacht. Aram. Aslan, Dankeschön, mein Bruder. Enes ist noch im Knast. Enes sitzt noch. Hast du Geld mit Facebook früher gemacht, oder einfach so ehrenamtlich? Nein, nein. Ehrenamtlich. Hm. Also warst du auch früher so famegeil-mäßig? Hast du fame geliebt? Ja, aber ich war nicht ein Idiot und hab eine, hab Krebs vorgetäuscht, damit ich fame werde. Das hab ich nicht gemacht. So doof war ich nicht in der Birne. So ruhig war ich nicht im Kopf. Das war eins. Ich war famegeil, ja, aber ich war nicht so doof und hab Krebs vorgetäuscht, um in irgendeiner Weise hier fame zu bekommen. Okay? Mach, 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 mach. Mach mir keinen Schiff. Also ich, ne? Also denk mal ein bisschen nach, okay? Aber lass ihn doch, ja. Warum machst du so? 1-1 aber, Barella. Sei ehrlich, Barella. Lass ihn doch, will ich mal sehen, wenn du eh deinen Familienfall als Krebs verlierst, ob du dann genauso gehst. Ja bitte. Aber du hast mit 40 kassiert, das auch, ey. Wallah. Ist für mich schlimm. Ich kassier lieber mit 40, als dass ich Krebs vortäusche wie ein Vollidiot. Und dann krieg ich mit... Ich kriege lieber auf der Straße Schläge ne Ehren voll, als dass ich ehrenlos bin und über Krankheiten mich lustig mache, damit ich hier auf der Plattform Geld bekomme. Ansager Murat. Wer hat dir denn nichts für ihn geschissen, Junge? Aber Murat. Murat. Du bist einer, der sogar seine Mama verkaufen würde. Oh, Murat. Wann da Murat das hat? Murat. Ansager Murat. Ansager Murat. Aber Murat. Aber nicht Murat. Aber Murat. Dann soll er nicht mit mir sowas machen. Lass dich mal reden. Dann soll er nicht mit mir solche Faxen machen. Lass ihn reden. Soll er nicht. Keine Stimme. Brabi, ich komm auf sowas nicht klar, Bro. Irgendwo ist ne Grenze. Lass mich doch mal reden. Ich lass dich nicht reden. Quatsch mich nicht voll. Lass ihn reden. Quatsch mir keine Frikadelle ins Ohr. Murat. Der lacht mich doch sogar aus. Murat. Natürlich lachen wir nicht aus. Wer bist du? Mit dir rede ich gar nicht. Dich mach ich stumm, Alter. Natürlich, nachdem ich dein Auge so gesehen hab. Natürlich kuss ich, du lache. Wallah. Ey Murat. Aber weißt du, was noch schlimmer ist? Okay, Wallah. Ich bin schlimm, dass ich sowas gemacht hab. Aber dass einer wie du mit 40 noch mit so einem wie mich chillt, Alter. Für bisschen zuschauen, für bisschen Geld. Das ist noch peinlicher. Wallah. Schäm dich. Also ich? Ich glaube, es gibt... Ich glaube, ich glaube. Warte. Warte. Ich glaube, es gibt es jetzt, Alter. Was ist das jetzt? Ablehnen. Rabi, was ist das für eine Anfrage? Was denn? Wenn du mit anfangen... Was... Was war das für eine Anfrage? Was für eine Anfrage? Rabi, ich geh jetzt erstmal raus, Bro, sonst eskaliert das hier. Warte, was wir eskalieren? Komm auf die Straße. Wallah. Du und dich eins in eins. Bei Allah. Du und dich. Bei Allah. In Berlin. Wallah. In Berlin. Der Rabi bleibt Zeuge. Und der Verlierer... Der Verlierer... Der Verlierer muss auf die Nase von den Gewinnern sitzen. Okay, dann erklär mir eins. Ich nehme dich ernst. Wie kann so einer wie du, der gerade so redet, von einem abgebrannten Streichholz im Ring Schläge kriegen? Krieg du erstmal ihn runter und dann kannst du zu mir kommen, Olga. Warte, bis später. Tschüss. Du hast auf LKW. Du hast auf LKW. Du hast auf alles. Allah, er hat es rasiert wieder. Aber er hat auch ein bisschen übertrieben. Ich geh erst mal raus. Mach da ja Dinge. Ich küsse. Warte. Warte, du bist ein King. Ach. Bruder, ich bin nichts. Aber Wallah, das... Mit Mutter und so, das war... Ich kann nicht ruhig bei mir. Wenn ihr Recht habt, ihr sagt, ihr habt Recht. Aber ihr bringt manchmal Leute auch zu... Grill, Bruder. Grill. Die verlieren ihre Kontrolle, Wallah. Grill soll bei ihnen rein. Ich grill ihn. Wallah. Warum sagt der Mutter und Wallah... Nein, Wallah, das war schlimm. Wallah, richtig... Ey, Ayub, Wallah. Assalamu alaikum. Rabbi, du bist King, Wallah. Ich küsse. Aber Murad sei Wissach. Verlierer liegt die Nummer von Rabi, wenn du ein Mann bist. Ich hab deine Nummer. Bist du dabei? Komm. Nummer von Rabi liegen und Ansage an Murad. Alle gleichzeitig stehen, Leute. Hahahaha. Halt. Nein, nein, nein. Okay, nein. Ansage an Murad, Ansage an Murad, okay. Und was normal ist, wenn man nachher so früh macht, dass es warm wird? Ja. Exonado, danke. Alle gleichzeitig stehen. Wieso bist du erkältet, oder? ich ja ich bin erkältet ja ich muss die fenster aufmachen alle gleichzeitig stimmen leute oh leute bei ihm sind alles mal fünf leute kommt du ehren mann gibt's gar slam danke ist ein guter danke leute was großes was großes damit mal fünf nicht rosen große sachen große sachen rein damit mal fünf zählt gesundheit mein bruder gesundheit danke danke malik du ehren mann malik danke king